Hast du Lust mit den neuesten Maschinen zu arbeiten? Löst du auch gerne Probleme? Dann bist du hier genau richtig. Ich bin Biong, ich bin 18 Jahre alt und bin jetzt seit zwei Jahren Auszubildender in der Firma Ronasch. Ich bin über eine Stellenanzeige im Internet zu der Firma gekommen und bin seitdem auch hier. Ich bin als Monteur angestellt und bin zuständig für die Wartung und Reparatur von Öl-, Heizungs- und sanitären Anlagen. Es ist ein sehr gutes Arbeitsklima hier. Man hilft sich untereinander, auch wenn es ein bisschen stressig ist. Ich bin im Kundendienst zuständig, komme dadurch viel rum, man hat jeden Tag was Neues und kein Tag ist wie der andere. Wenn du auch Lust hast, in einem coolen Team zu arbeiten, dann bewirb dich jetzt hier. Hier.